Ja und bei uns geht es weiter mit tollen Technikprodukten und sie werden begeistert sein, denn wenn man an Technik denkt, denkt man automatisch an teuer. Aber teuer ist woanders nicht bei uns, bei Pearl TV und wir haben jetzt wirklich tolle Produkte für sich vorbereitet, die Alltagssituationen auch ein bisschen leichter machen, oder Kathi? Ja, du bist hier schon ganz fleißig. Apropos Alltagssituationen, das kennt man, ein Smartphone, ja, das haben wahrscheinlich alle. Aber es ist auch wichtig, wenn man mal ein Video machen will, dass sie vor allen Dingen verwackelt, nicht verwackeln, sondern wirklich hier komplett sicher und stabil in der Hand sind und das kriegst du normalerweise nicht hin, weil die Hände eigentlich immer ein bisschen wackeln, oder? Ja, aber jetzt nicht mehr, denn wir haben ja etwas richtig Schönes für Sie, wir haben ganz viele schöne Produkte für Sie, liebe Zuschauer, so richtige Technik-Gadgets, die wir hier ausgepackt haben. Also alles, was man so momentan aus dem Bereich Technik kennt, was Sie vielleicht auch schon in Zeitschriften gesehen haben, wo Sie gedacht haben, oh, sowas richtig Schönes, Neues. Ich sehe das ja auch manchmal, dann blättert man irgendwo und dann denkt man, oh, das ist aber neu, oh, das würde ich ja gerne mal probieren, das ist ja schick. Und dann hört man irgendwas davon oder sieht einen Bericht. Hier machen wir es möglich zu kleinen TV-Sonderpreisen. Schauen Sie, liebe Zuschauer, ich habe hier ein Schwebestativ mit 3D-Stabilisierung für Sie und das für 16,06 Euro. Das ist natürlich eine super Sache. Sie sehen, hier unten ist ein Gewicht dran und das Gewicht gleicht dann quasi hier aus, sodass ich hier einfach nur festhalte und ich kann dann natürlich mit meinem Smartphone laufen und es gleicht automatisch aus, sodass ich hier keine Bewegung mehr quasi im Smartphone habe. Ohne Schwebestativ, hier sehen wir es mal. So sehen alle meine Videos aus. Genau so. Ja, aber man wackelt immer, das ist automatisch natürlich, man hat ein wackeliges Händchen, das kennen viele, das sieht man auch ganz, ganz oft. Wow, schau mal. Mit Schwebestativ wird es sehr viel reiner, sehr viel klarer natürlich. Du kannst gerade, wenn du auch so mal so Panoramaaufnahmen machst, wenn du irgendwo lang fährst, viel, viel schönere, geradere Aufnahmen machen. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, das muss man ganz klar sagen. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr schön das Ganze. Man kann hier oben den Winkel übrigens auch noch verändern. Also am Gerät selber kann man hier diesen Winkel, Sie sehen das, hier auch noch verändern, je nachdem, wie man dann natürlich auch aufnehmen möchte. Wenn ich jetzt ganz gerade sein möchte, kann ich den so haben. Ansonsten kann ich das auch so runterknicken, wenn ich jetzt sage, so ist mir das lieber. Und das Gewicht hier unten gleicht es natürlich dementsprechend aus, sodass ich hier immer mein Telefon dann ganz, ganz gerade habe. Also wirklich eine tolle, tolle Sache. Oh ja. So wie man es eigentlich aus dem Profibereich kennt, bei den ganz, ganz großen Kameras. Oder wiegen die ein bisschen mehr. Genau, und nur, dass man das jetzt hier quasi für sein Smartphone hat, ist wirklich mal eine coole Sache, muss ich sagen. Das ist eine ganz coole Sache. Genial, also für diejenigen, die vielleicht hobbymäßig dann mit ihrem Smartphone vielleicht auch wirklich so ein bisschen hochwertigere Aufnahmen machen wollen, zeigen wollen, hier guck mal, vielleicht auch von der Familienfeier oder draußen dann vom Urlaub irgendwie so ein bisschen Aufnahmen. So Landschaftsaufnahmen, ne? Ja, und die Kameras von den Smartphones werden ja auch immer, immer besser. Da kann man ja tolle Videos mit machen. Ja, man muss dann natürlich ein bisschen an der Technik feilen und oft scheitert es natürlich dann an der unruhigen Hand von uns Menschen. Ja, genau. Also wie oft hat man das schon erlebt, dass man gesagt hat, ach Mensch, komm, im Urlaub lassen wir die schwere Spiegelreflexkamera zu Hause, die nimmt man eh nicht mit und dann holt man das Handy raus. Und wie du gerade gesagt hast, die Smartphones machen heutzutage immer bessere Fotos und Videos. Das Einzige, woran es scheitert, ja, dass die alle so ein bisschen wackelig sind, haben sie sich bestimmt auch schon mal ertappt, oder? Dass die Fotos zwar schön werden, aber die Videos immer leicht verwackelt und so einfach kann das gehen. Das heißt, ihr Smartphone, das muss jetzt nicht unbedingt dieses Modell sein, klemmen sie einfach nur hier in diese Klemme hinein und dann kann es eigentlich losgehen. Mehr ist es nicht mehr, ja? Und da kann man da auch schwenken kann, ne? Da kann man von oben nach unten ganz, ganz saubere Schwenks, die man hier machen kann. Da ist jetzt nichts verwackelt, sondern es wird wirklich ganz, ganz sauber. Die Einzige, die wackelt bin ich. Dann geht's los, also das ist wirklich schwierig. Hier kriegt man das ganz, ganz sauber und ganz, ganz klasse hin. Ein tolles Produkt finde ich super. Also gefällt mir sehr, sehr gut, brauche ich auch sofort. Oh ja, das müssen wir unbedingt haben. Für den Preis ist das sensationell, wenn sowas dann 40, 50 Euro kostet. Okay, aber TV-Sonderpreis 16,06 Euro, das ist wirklich mal eine Ansage. Ja, da sollten Sie aber auch schnell sein, bitte bestellen Sie sich die PX1960 und die 569 für unser Schwebestativ. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende. Denn wir haben jetzt tolle Technikprodukte für Sie vorbereitet, die Sie vielleicht schon lange gewünscht haben, aber immer gesagt haben, hm, ist mir zu teuer. Wie zum Beispiel auch eine Handyuhr oder eine Smartwatch, ja? War Ihnen das bisher auch zu teuer? Schauen Sie mal, was wir jetzt für Sie vorbereitet haben. Ja, gerade das Thema Smartwatch ist natürlich ein Riesenthema. Wird heiß diskutiert, haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Wir haben es eingangs gesagt, wir zeigen Ihnen heute Gadgets. Das sind so richtig tolle Sachen, die man vielleicht schon in Zeitschriften gesehen hat, wo man Berichte drüber gelesen hat. Auch das Thema Smartwatch, Handyuhr, ist so ein richtiges Gadget-Thema. Und wir haben hier eine wunderschöne Handyuhr, eine Smartwatch. Und das Modell ist einfach phänomenal. Schauen Sie sich das mal an. Hier sieht man das Air-Display. Wenn ich hier drauf tippe, dann verändert sich das. Dann verändert sich quasi das Uhrenmodell. Das alleine ist schon mal super, weil man hier selber entscheiden kann, was für eine Uhr möchte ich am Handgelenk tragen. Diese Uhr, die wir hier haben, ist vertrags- und SIM-Lok-frei. Und da kommt eine richtige SIM-Karte hinein. Das heißt, Sie benutzen diese Uhr jetzt hier richtig wie ein Handy. Und durch Wischen können Sie dann hier quasi Ihre Handyuhr aktivieren. Das ist wie ein richtiges Handy. Sie sehen hier den Telefonhörer. Wenn man da drauf tippt, kann man telefonieren. Sie haben jetzt hier mit dieser Uhr ein Handy am Handgelenk. Wahnsinn, oder? Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, diese Uhr auch per Bluetooth mit Ihrem Smartphone zu verbinden. Und dann sich auch Push-Nachrichten vom Smartphone dann hier auf die Uhr schicken zu lassen, wenn Sie das möchten. Müssen Sie nicht, aber können Sie. Ansonsten einfach eine SIM-Karte einlegen und diese Uhr dann als Handyuhr, richtig wie ein Handy, nutzen. Es gibt zusätzlich dann hier viele App-Möglichkeiten. Hier wurde einiges voreingestellt. Wir sehen hier zum Beispiel Kontakte, also so wie man es auch vom Telefon kennt. Kontakte, Telefon, haben wir Anruflisten, Nachrichten zum Beispiel, also für SMS zum Beispiel. Dann haben wir hier eine Rubrik, die heißt Fotos. Und da wird es nämlich jetzt ganz spannend, denn wir haben hier eine Kamera verbaut. Wenn ich hier auf Kamera gehe. In der Uhr, Wahnsinn. Hier oben ist die Kamera drin. Das heißt, hier oben, wenn ich hier rübergehe, sehen Sie meine Finger da. Das heißt, hier oben ist die Kamera drin. Ich kann mit dieser Handyuhr jetzt auch Fotos schießen, wenn ich das möchte. Also ganz viele Optionen. Ein richtiges Handy quasi am Handgelenk, im Uhrenformat quasi. Aber mit ganz vielen Funktionen. Wir haben hier einen Audio-Player mit dabei. Wir haben hier einen Schrittzähler, den sehen Sie hier mit dabei. Wir haben hier eine Schlafüberwachung. Wahnsinn. Du kannst hier zum Beispiel noch Benutzerprofile anlegen, um deine Bewegungen auch zu überwachen. Also wirklich viele, viele Optionen. Das ist ein Knaller für 37,91 Euro. So was, was wir hier anbieten, kostet normalerweise 130 Euro mindestens. Überleg mal. Also Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinnspreis. 37,91 Euro. Da bekomme ich nicht nur eine Smartwatch. Allein, dass es schon geht. Ich habe hier eigentlich die Möglichkeit, dass ich jeden Tag eine andere Uhr tragen kann. Weil ich kann ja das Ziffernblatt ändern. Dann sage ich, den einen Tag will ich eine digitale Uhr, den anderen Tag analog. Den anderen mit römischen Zahlen. Den anderen eben nicht mit römischen Zahlen. Ist das nicht genial? 37,91 Euro. Und das komplett vertrags- und Simblock frei. Kaufen Sie sich mal ein Smartphone für 37 Euro. Da können Sie gewiss sein, dass man da immer noch einen teuren Vertrag abschließen muss. Ja, damit sich der Preis dann auch irgendwo amortisiert. Hier für 37,91 Euro bekommen Sie ein komplett vertrags- und Simblock freies Handy. Und ja, mehrere Uhren eigentlich, ja. Genau. Und die Kamera ist auch noch mit da drin. Also, unglaublich toll für all diejenigen, die das Thema Handy, Uhr, Smartwatch schon mal gehört haben. Die gesagt haben, oh, ich würde das eigentlich so gern mal ausprobieren, ja. Ich hätte auch gern so eine Uhr am Handgelenk, mit der ich dann auch telefonieren kann. Wo ich dann vielleicht auch mal Fotos mit meiner Uhr am Handgelenk schießen kann. Ja, legen Sie los. 37,91 Euro. Jetzt bietet sich hier die Möglichkeit. Unbedingt. Super, super, super Sache. Also, da sollen Sie wirklich ganz, ganz schnell sein. PX 39,14 und die 569 für unsere Handyuhr und natürlich die Smartwatch. Und ich weiß, dass Kinder Smartwatches lieben. Die wünschen sich sowas so sehr. Aber ich verstehe auch jedes Elternteil, das sagt, nö, mir sind einfach 200 Euro viel zu viel Geld. Ja. Und Kinder verlieren ja auch ganz gern Sachen. Aber eine Uhr am Handgelenk kann ich eben nicht verlieren und ein Handy auch nicht. Und Kinder sollen auch immer erreichbar sein. 37,91 Euro. Die merken es schon, worauf ich hinaus will. Das ist wirklich ein toller Preis. Da kann man den Kindern auch mal den Wunsch erfüllen von einer eigenen Smartwatch. Das ist wirklich so toll. Und toll ist auch unser nächstes Produkt. Das erinnert mich jetzt wirklich so, ja, an die Smartphones mit dem angebissenen Apfel, die jeder haben will. Aber die normalerweise sehr, sehr teuer sind. Aber teuer ist auch hier weit davon entfernt, oder Kathi? 94,91 Euro ist hier der Preis für diese tolle Handyuhr, die wir Ihnen anbieten dürfen. Auch hier selbstverständlich vertrags- und SIM-Log frei. In dieses Modell kommt eine Nano-SIM rein, also schon die ganz, ganz kleinen. Das Tolle ist hier, diese Handyuhr ist geeignet für iOS und Android-Geräte. Das heißt, wenn Sie diese Uhr auch mit einem Smartphone nutzen möchten, das heißt per Bluetooth auch mit Ihrem Smartphone verbinden möchten, geht das sowohl bei den iPhones als auch bei den Android-Geräten. Also sowohl iOS-Betriebssystem als auch Android-Betriebssystem. Das ist relativ selten, bei dieser Uhr ist das möglich. Das können wir ja mal zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Kamera gehe, dann fragt ihr mich Android oder iOS. Genau. Und da kann ich das dann jeweils anwählen. Also ich mache das nochmal, ich gehe jetzt zurück, dann gehe ich auf die Kamera. So, und jetzt fragt ihr mich, Android oder iOS? Genau, je nachdem, ob du halt ein Smartphone mit Android-Betriebssystem hast oder mit iOS, also ein Apple-Gerät. Das kannst du dann hier dementsprechend anwählen. Also für beides geeignet. Generell eine sehr, sehr schöne Uhr. Wir sehen auch hier diese runden kleinen Icons, die man dann hier durchwischen kann, genauso wie man das kennt. Auch hier kann man dann mit dieser Uhr telefonieren. Man hat hier Einstellungen wie zum Beispiel einen Rechner. Man hat hier zum Beispiel Siri, also Sprachsteuerung. Und ja genau, das ist was ganz Tolles. Man hat hier in dieser Uhr eine Herzfrequenzmessung, also einen Pulsmesser mit integriert. Das heißt, wenn du jetzt die Uhr, jetzt würde es nicht gehen wahrscheinlich, weil du sie ja nicht richtig angelegt hast, wenn man die Uhr richtig am Handgelenk dann trägt, kannst du gerne mal machen. Wenn du sie richtig anlegst, dann funktioniert das. Muss natürlich den Kontakt dann zur Haut haben. Wenn Sie die dann anlegen, dann drücken Sie da einfach, Sie haben es gerade bei Anne schon gesehen, auf Start. Und wenn du da auf Start drückst, dann wird gemessen, genau, dann kommt dieses kleine Herzchen. Und dann wird dann dementsprechend das angezeigt. Also da kannst du hier dann direkt Start gehen, dann wird gemessen, dann kommt dieser Messvorgang. Da müssen natürlich unten die Kontakte dann auf der Haut sein, so wie es sein soll. Und dann wird dann dementsprechend alles angezeigt. Super. Also eine super schöne Sache. Hier sind noch ganz viele, gerade auch vielleicht für sportlich Interessierte, die Uhr ist da wirklich ideal für gemacht, weil hier ganz viele kleine Extras und Apps dann auch mit integriert sind. Also hier zum Beispiel auch wieder einen Schrittzähler mit integriert. Wir haben hier aber auch noch Sachen mit dabei, dann auch wie so Bewegungsmesser quasi, wo du dann deine Bewegung registrieren kannst. Also war es auch hier wieder eine Schlafüberwachung mit dabei. Also wirklich fantastisch gelöst. Du kannst ganz viele unterschiedliche Arten von Bewegungen dann mit eingeben, die du machst, Aktivitäten eingeben, die du machst. Also einfach nur fantastisch. Und hier halt für die iOS wie auch für die Android-Geräte per Bluetooth mit ihrem Smartphone dann verbinden. Aber auch ganz autark als Handyuhr zu nutzen. Einfach eine Nano-SIM-Karte einlegen. Ist Vertrags- und SIM-Log-frei, das Gerät hier selber. Das heißt vielleicht auch eine Zweitkarte einfach zu ihrem bestehenden Handyvertrag. Viele Anbieter machen das kostenlos. Also meiner zum Beispiel hat das gemacht. Da habe ich einfach angerufen und habe gesagt, ich brauche eine zweite Karte zu meinem Handyvertrag. Die haben die mir kostenlos zugeschickt. Da sollten Sie dann einfach mal nachfragen. Das hängt so ein bisschen von Ihrem Anbieter dann vielleicht auch ab. Ist einfach eine fantastische Möglichkeit. Wir haben hier einen sehr, sehr leistungsstarken Akku integriert. Bis zu 35 Stunden hast du hier Standby. Also wirklich enorm auch. Auch da sind andere Anbieter hinterher, muss man sagen. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Und für 94,91 Euro ein Top-Produkt. Ganz neu bei uns im Programm. Und jetzt schon eins der beliebtesten Produkte hiermit, das wir anbieten dürfen. Ja, weil das Thema Smartwatch, Handyuhr natürlich momentan so ein riesen Trendthema ist. Das ist einfach ein sehr beliebtes Gadget. Viele wollen das einfach ausprobieren. Und hier kann man es auch machen. Man muss nicht gleich irgendwie 200, 300 Euro dafür zahlen, sondern 94,91 Euro TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. Das ist natürlich mal so ein Angebot. Da kann man das mal testen. Also 94,91 Euro. Ich kann das gar nicht fassen, dass die so günstig, also wirklich verdammt günstig ist. Überlegen Sie mal. Selbst allein schon eine Fitnessuhr fürs Handgelenk kostet ja von einem gewissen Anbieter schon um die 40, 50 Euro. Und wenn ich überlege, hier habe ich wirklich Smartwatch, hier habe ich Uhr, hier habe ich das Fitnessarmband. Alles in einem Kamera. Natürlich nicht zu vergessen, Taschenrechner. Alles ist dabei. Also ein tolles Produkt. Da sollten Sie ganz schnell sein, weil auch das wird sehr, sehr bald ausverkauft sein. Ja, und wir machen weiter. Wir haben das nächste Gadget für Sie, liebe Zuschauer. Und auch das ist was ganz Schickes. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus was Praktischem und so einem Deko-Objekt, muss man sagen. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier eine Digital-LED-Tisch- bzw. Wanduhr im Programm. Und die kann man in der Helligkeit verändern. Ich weiß gar nicht, ob man das hier im Studio sehen kann. Das wird heller und dunkler. Und zwar haben wir hier drei Helligkeitsstufen und einen Nachtmodus, den man einstellen kann. Und gerade natürlich in der Dunkelheit wirkt diese Uhr fantastisch. Weil hier haben wir diese tollen Segmente, diese unterschiedlichen, die dann hier natürlich ganz beeindruckend diese Ziffern dann darstellen. Also ist wirklich so ein Designer-Stück, muss man sagen. Das sind diese Stücke, die du dann natürlich auch in diesen Designhäusern dann irgendwo findest. Die dann natürlich auch in Design-Ausstellungen stehen, die man dann einfach hinstellt dementsprechend, aber auch zum Beispiel an der Wand befestigen kann. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, hier unten ist jetzt der Aufsteller mit dabei. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das hinten mit so einem kleinen Nägelchen einfach an die Wand zu machen. Und Sie haben dann hier perfekt diese Möglichkeit natürlich dann da die Helligkeit zu verändern. Hier oben an den, da sehen wir es sehr schön, an den, ich zeige jetzt mal, pass mal auf. So, ich weiß jetzt, ja jetzt sieht man es sehr gut. Ja, jetzt sieht man es gut, genau. Jetzt kann man hier die Helligkeit nämlich schön verändern. Ganz ehrlich, es gibt ja viele Uhren, klar, da ist dann die Anzeige auch beleuchtet, aber die sind eben nicht 3D. Und das ist hier das ganz Besondere, dass wir hier wirklich von einem 3D-Look sprechen. Und es ist natürlich auch super gut ablesbar. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das zum Beispiel im Schlafzimmer haben, damit, wenn ich aufwache, damit ich sehe, welche Uhrzeit gerade ist, wie lange ich doch, wann mein Wecker klingelt, ja. Und hier ist dann natürlich auch das Schöne, und das zeigst du gerade, dass wenn ich das im Schlafzimmer habe, dass ich das auch so ein bisschen dimmen kann. Denn wenn es zu hell wäre, ist ja klar, dann ist man sofort munter. Und deswegen besteht die Möglichkeit, dass ich das auch dimmen kann. Das ist schon wirklich an alles gedacht, oder? Dann ist dann alles gedacht, sieht unglaublich schick aus. Du hast auch diesen Nachtmodus mit dabei, du kannst auch spezielle Uhrzeiten eingeben, wo es dann halt automatisch runterdimmt. Das heißt, wenn du sagst, okay, zwischen 22 Uhr und 7 Uhr soll es dann wirklich einfach hier in dieser schwächeren Version leuchten. Ich zeige es nochmal, also so vielleicht oder so, also ganz dezent, gerade wenn man es vielleicht auch im Wohnzimmer oder im Flur hängen hat. Und dann soll es dann wieder heller leuchten, ab 7 Uhr morgens. Dann kann man das ja so einstellen, dann macht es das automatisch. Also es ist wirklich sehr, sehr schick. Ist halt so ein Designerstück. Wenn man das natürlich jetzt irgendwo einfach ganz auch, ja, vielleicht anstelle eines Bildes irgendwo an die Wand hängt. Vielleicht in der Küche irgendwo schön mit reingehängt. Einfach so, um die Uhrzeit zu haben, ja klar. Aber halt auch, um was Design-Schickes an der Wand zu haben. Da ist das natürlich bestens geeignet, liebe Zuschauer. Wunder, wunderschön einfach und brandneu hier bei uns. Und für solche Designerstücke zahlt man natürlich unheimlich viel Geld. Wenn Sie da vielleicht schon mal geschaut haben, ja, da kann man locker mal 60, 80 Euro für so ein Stück hier auf den Tisch legen. Das ist keine Seltenheit. Deshalb freut es mich, dass wir hier so einen tollen TV-Sonderpreis machen dürfen bei diesem Produkt. Momentan, weil wir einen Einführungspreis machen, weil das Gerät ganz, ganz neu ist hier bei uns. Und da profitieren Sie natürlich von. Genau, also das ist wirklich ein super, super Produkt. Und Sie kennen das vielleicht auch, ja. Man will abends oder in der Nacht wissen, wie spät ist es denn eigentlich. Dann schaltet man das Handy ein und es ist wirklich eine Festtagsbeleuchtung und man ist sofort munter. Das kann Ihnen hier nicht passieren, denn Sie haben ja hier die Möglichkeit, das abzudimmen. Also ein tolles Produkt, ein Designerstück. Und das können Sie bei sich in der Wohnung, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer hängen haben. Und Sie wissen ja, Designerstücke, die sind normalerweise sehr, sehr teuer. Und deswegen sollten Sie hier ganz schnell sein. Aufstehen muss eben jeder. Und wie oft schaut man auch am Tag auf die Uhr, wie spät ist es, ja. Da ist es doch toll, wenn ich einfach das Praktische hier mit schicken Design kombinieren kann. 18,91 Euro. Ich wäre darüber gar nicht fertig, dass das der Preis ist. Wahnsinn, oder? Super, oder? Richtig, richtig toll. Also ich mag ja auch solche außergewöhnlichen Stücke. Die eben nicht jeder hat. Genau, genau. Die eben nicht jeder hat, die da wirklich schön aussehen. Also hier dementsprechend zugreifen, liebe Zuschauer. Eine ganz tolle Möglichkeit. Oh, herrlich. Seien Sie schnell, bestellen Sie sich die NX5704 und die 569. Und mit etwas sehr Praktischem und Innovativen geht es weiter. Nämlich auch mit Licht. Also wir bleiben bei dem Thema Licht, aber vielleicht an verwinkelten Stellen, an verwinkelten Ecken, wo man normalerweise kein Licht hat, weil das Licht ja von oben kommt, von der Decke. Und natürlich auch mit einem sehr stylischen Produkt. Denn man kennt das, so Designerleisten, ja, wo dann überall so Licht scheint. Und das haben wir jetzt für Sie. Und Sie müssen gar nicht nachrüsten. Denn das ist ganz einfach, mit Batterie wird das betrieben, beziehungsweise mit einem Stecksystem. Und das ist wirklich eine super Lösung, um auch mal darauf zu verzichten, um Löcher zu bohren. Genau, wir haben hier ein Winkelstecksystem für Sie. Und das ist natürlich genial, weil man hier mit diesem Winkelstecksystem überall Licht zaubern kann, wo man es haben möchte. Ich zeige es dir erstmal, ich mache es mal so, damit Sie es einmal gesehen haben. Das ist wirklich fantastisch. Schau mal, da ist schon mal das Erste an. Und dann setzt man den Winkel obendrauf. Schau mal, woopala. So schaut das dann aus. So ist das dann bei Ihnen zu Hause quasi. Sie können das überall anbringen, wo Sie das haben möchten, natürlich. Also hierfür, das ist das andere, das gehört an das da mit dran, Schatzi. Das? Nein, schau mal, das gehört an das andere eigentlich. Ja, aber kann man, glaube ich, auch so machen, wenn du ein Bild hast, was du einrahmen willst. Natürlich, das ginge dann auch. Aber wir haben ja ein Zweierset-LED-Leisten mit Winkelverbindung. Und das Besondere ist hier natürlich, dass wir hier einmal diesen 90 Grad Winkel dabei haben und dass wir hier dann dementsprechend auch einen Bewegungsmelder mit dabei haben. Das heißt, hier ist ein Dämmerungssensor verbaut. Das heißt, diese Lichter gehen nur an, wenn es dunkel ist und reagieren dann auch auf einen Bewegungsmelder. Das heißt, nur wenn da Bewegung im Umfeld ist, gehen die dann auch an. Man kann selber einstellen, wie lange die Leuchtdauer sein soll. Genau, 30 oder 60 Sekunden, ja. Genau, entweder eine Minute oder 60 Sekunden. Das stellt man hier unten an so einem kleinen Haken dann an. 9,41 Euro. Das ist ein super Preis. Im Zweierset kommt das zu Ihnen nach Hause. Und ich finde das wirklich eine klasse Geschichte, auch gerade wenn ich so verwinkelte Ecken habe. Das sieht ja schon mal richtig toll aus. Und die sind auch richtig hell. Das darf man nicht unterschätzen. Also die sind hier 120 Lumen hell. Und da kann ich dann zum Beispiel auch mal im Schlafzimmer, wenn ich da einen Spiegel habe, den ich umranden will. Oder eine Ecke in der Küche, die eben nicht so ausgeleuchtet ist, wie Sie sich das vielleicht wünschen. Da habe ich ja eine schöne Möglichkeit. Und Sie alle wissen ja auch, LEDs verbrauchen nichts. Ich brauche hier keine Steckdose verzweifelt suchen. Denn wir haben ja hier das kleine Batteriefach. Das ist schon wirklich einfach und praktisch auch in der Handhabung. Das ist wirklich super. Und Sie sehen, ich muss hier immer ein bisschen den Dämmerungssensor abdecken, weil das geht natürlich sofort aus. Wenn hier dann dementsprechend Helligkeit drankommt, dann geht das natürlich aus. Man muss hier, ich tue so jetzt, als ob es dunkel wäre. Deshalb halte ich das hier immer zu. Weil natürlich in dem Moment, wo hier Licht drankommt, geht hier gar nichts. Weil es ein Dämmerungssensor verbaut ist. Das heißt, ich muss so tun, als ob es dunkel ist. Und muss natürlich auch eine Bewegung hier vor dem Bewegungsmelder machen. Nur dann geht das überhaupt an. Das ist wirklich der Sinn der Sache. Erst wenn es hell ist und wenn hier keine Bewegung ist, dann geht das Licht nicht an. Sondern erst, wenn es bei Ihnen zu Hause dunkel ist. Und das kann ich hier machen. Und in dem Moment, wo eine Bewegung ist, geht das Licht überhaupt an. Also so ist es geplant. So muss es sein mit diesem Dämmerungssensor, mit diesem Bewegungssensor hier unten. Und dann können Sie hier an dem kleinen Schalter anstellen, ob es 30 oder 60 Sekunden leuchten soll. Ich stelle mir das auch schön in Vitrinen vor. Also viele haben ja auch so Vitrinen, Schränke, die dann aus Glas sind. Oder unten um den Fernseher. Wenn du so einen Fernsehtisch hast, kannst du auch schön beleuchten. Also Sie sehen, es gibt hier wirklich sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten. Oder Schränke, Kommoden. Also da wird Ihnen bestimmt schon vieles einfallen. Oder wie gesagt, eben dann auch mal in der Küche, wo dann so eine verwinkelte Ecke ist, wo eben kein Licht hinkommt. Und die sind wirklich toll mit diesem Stecksystem. Ich muss nichts bohren. Ich muss nicht irgendwie was schrauben. Ich habe keinen Ärger dann hinterher mit dem Vermieter, wenn ich das wieder rausmache oder abmache. Also einfacher kann es wirklich nicht sein. Und deswegen seien Sie schnell. Sie können sich auch gerne noch ein zweites und drittes Set mit dazu bestellen. Denn man kann ja wirklich einfach hier einstecken, beziehungsweise ineinander stecken. Und da habe ich dann auch die tolle Möglichkeit, auch mal einen Spiegel oder ein Bild zu umrahmen. NX 5673 und die 569 ist die Bestellnummer. 9,41 Euro. Ist das wirklich der Preis? Ja. Es kommt mir so wenig vor. Die kosten normalerweise wirklich richtig, richtig viel. Also wenn du von anderen Herstellern haben möchtest oder so, liegt das natürlich dementsprechend hoch. Auch hier 29,90 bei uns normalerweise. Unser TV-Sonderpreis hier mit 9,41 Euro ist natürlich hier ein Knaller. Gerade mit Dämmerungssensor und natürlich dann auch diesem Bewegungsmelder. Das heißt, immer wenn Sie dann vor Ihrer Vitrine zum Beispiel langlaufen, zack, geht das automatisch für 30 oder 60 Sekunden an. So wie Sie es eingestellt haben. Ist eine super Sache. Richtig, richtig schick. Kann man natürlich auch Treppenstufen mit verkleiden, wenn man das möchte. Oder Schränke. Das sieht richtig toll aus. Also legen Sie da los. Für das kleine Geld eine super Sache. Eine super Sache. Und deswegen sollten Sie schnell sein. Rufen Sie an. 0180 51 51 und dreimal die zwei. Wir haben Ihnen wirklich tolle Produkte jetzt vorgestellt und gezeigt. Und die Ihre Alltagssituation einfach so ein bisschen erleichtern. Also seien Sie schnell. Bestellen Sie sich Ihr Lieblingsprodukt. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Vielen Dank.